und da ist auch gleich schon wieder einer gespawnt wunderbar das geht immer ganz schön schnell bei denen hier war relativ hartnäckig berry bush sehr gut und es gibt wieder algen endlich wenn auch nur kurz aber kurz und knapp so hier da ist ja schon die quarry können wir die eine quest abgeben aber erst den bärenbusch ja mühsam ist es was ist es denn die sind aber nicht aggressiv no they're sedate could it be that the balance side heightens a combative effect on some creatures while magnifying a combative effect on others oh das könnte i have much more to study and contemplate now thank you again for your help i've got my hands full with all these samples hopefully it all leads to a breakthrough ja hoffentlich führt zum durchbruch und bei der quest bekommen wir einen schild der leider zu spät kommt dann schau was besseres aber ist nicht schlimm wir haben sie trotzdem gerne gemacht wird noch gerne algen dafür genommen 25 stück ja ganz ruhig bleiben schon das passende mittel dafür ist aber echt eine ganz schön derbe spawn rate hier ja klar was für eine dumme frage gucken wir mal hier hinten hier sind sie alle hier brauche ich denn noch drei stück okay das kriegen wir schnell gelöst einfach nur hier stehen bleiben und warten bis der wieder spawnt dann ist jetzt vor für effekt und es passiert nichts ja super da wenigstens ist hier einer so was war das ein schild ja das ist fast der den ich mir vorstelle die würde ich sogar diesen anderen den stärkeren könnte ich mir sogar vorstellen zu dieser rüstung zu tragen das sind jetzt aber auch nur noch crafting quests die ich hier habe ja genau das nehmen wir auch das nehmen wir auch eine quest wird hier nicht aufgenommen ja gibt die minimap auch im moment nicht her ob gewollt ob vollständig oder nicht vollständig und dann wäre hier noch abzuholen da ja ich sehe schon must destroy the horrors nein nicht schon wieder nein ach jetzt falle ich auch noch wir hatten es doch gerade erst warum wiederholen die sich denn die quests oder ja das heißt wiederholen aber wollen die die gleichen mobs haben jetzt muss ich aber oh shit jetzt wird es doch mal knappi sehr schön quest stimmt ja da gehören die von den gegenständen auch dazu also die hier in in der zone platziert sind zu der gesetzigen gesamtchiefment glaube ich deshalb habe ich das noch nicht abgeschlossen steckt aber wieder ordentlich ein ja so die brauchen wir noch wieder 15 ich glaube an dem tag hat ein neuer quest schreiber angefangen der mochte die zahl 15 sehr gerne da lobe ich mir doch die acht die sind wesentlich schneller erledigt fünf stück noch und ein blaues shiny sehe ich gerade im augenwinkel so viel zeit muss sein und das war auch gut so was ist der denn hingeflogen das kann man nicht nochmal anklicken oder doch so ja doch funktioniert immer noch drei stück noch ja ich sehe das schon aber kann auch noch blauen schein ist geguckt so ein blick auf die karte die haben wir genommen die haben wir genommen dass es hier keine gibt ach doch da warte mal man muss nur genau hingucken da ist hier vielleicht noch irgendwo eine aber da müssen wir noch hin das heißt umdrehen ich weiß gar nicht unten durch fliegen oben durch fliegen geht das das geht alles irgendwie da leuchtet schon was crystal pinnacle noch mit jetzt welche denn die hier oben oder egal egal liegen doch bestimmt auch blaue shinies rum oder nicht so weit oben das geht wenigstens wieder schneller die sind schneller greifbar hier die gegner ich stecke mir wieder komplett ein ja das ist ja denn für ein monster so dann gehe ich glaube ich aber wieder nach unten suchen hier wird wohl nicht mehr viel sein der wird auch gerade weg snackt nein ach mist Was ist das? Achso, acht Stück brauche ich noch. Das ist ja schon eine ganz schöne Menge. Dachte, ich wäre schon weiter. Nein, lass die Finger davon. Das ist wahrscheinlich die gleiche Quest. So, da sind noch welche. So, da sind noch welche. So, dann müsste das aber hier erstmal das gewesen sein. Dann gibt es hier noch eine, da fliegen wir mal hin. Und hier gibt es auf jeden Fall noch eine und dann haben wir hoffentlich alles durch hier. Dann kriegst du hier noch einen Höhlenkoller. Dann bin ich doch lieber irgendwo an einer Oberweltzone mit ein bisschen Wald und Meer. Apropos Meer, ich brauche ja immer noch die Dartfische. Und Algen habe ich auch noch nicht alle zusammen, sehe ich gerade. Ja, das kriegen wir gleich schon hin. Aber erstmal abkürzen. Ein Shiny, das nehme ich erstmal mit. Und dann ist da irgendwo der Queststarter. Und dann ist da